Schauen wir mal, was wir hier oben anrichten können. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Gleitriss, Gleitriss, muss ich jemanden ausschalten? Da. Na, weg hier. Gleich die Position wechseln, wenn wir Glück haben, rennt der hier auch noch so doof runter. Ja, kommen wir ein Stückchen. Hier rum, nur dass er nicht tot ist, Moment mal, vielleicht kommt ihr ihn später holen. Jetzt hat's mich gerade... Okay, ich kann den jetzt nicht nehmen. Sprungangriff, Sprungangriff, Gleitriss. Okay. So klappt das heute nicht mit lautlos ausschalten, ohne dass sie mich auch nur großartig sehen. Also, gehen wir mal aufs Ganze und hauen die halt ein bisschen guter laut. Die mit ihrem Scheiß-Hummi-Baller, wo's hier kommt, dass seine Waffen fallen, äh, feines Stück. Ja, du auch noch. Oh, jetzt hat's mal geklappt, ja. Schön. Da ist noch einer. Das ist er! Ich seh ihn! Dieser Arf! So. Ah, ich mag, dass wir die Waffen haben, lieber alle schön lautlos ausschalten. Das kommt wesentlich geiler. Hier war aber irgendwie die, die, äh, Möglichkeit nicht so gegeben, die hier alles schön von oben auszuschalten, beziehungsweise hätte es zu lang gedauert, jetzt sei ewig, auf den Dingern rumzustehen und zu warten, bis die denn in der passenden Position sind. Was willst du? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Er ist dein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falcone. Ich hab keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will. Ich schwör's. Keine Ahnung, was dein Ziel ist, aber der alte Falcone stünde in deiner Schuld, wenn du Coppelpot erledigst. Er ist direkt hinter der Tür da. Nein, danke. Ich brauche keine Falconis, die mir was schulden. Also, wo waren wir? Candy. Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen, hey Baby, seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt und sie einen, was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche's. Ich bring ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich hör nicht, was ich hören will. Oh oh. Oh oh. Schön, wenn wir direkt so nach so einem Story und Filmsequenz wieder ins Geschehen eingreifen zu dürfen. Das ist ganz cool. Wart mal ne Minute! Ich hab dich beobachtet! Ich bin auch nicht schlimmer als du! Black Mask hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wo ist er? Ich verfolge nicht alle Rache-Geschichten hier. Du bist in dieser Stadt nicht sehr beliebt. Läuft die Zeit davon! Ah! Warte! Warte! Lazy Towers, es gab einen Mord. Es sollte sein Unterschlupf sein. Aber Black Mask hat eigene Probleme, wie es scheint. Jemand ist eingebrochen und... Sieht aus dem Boss-Feil aus. Mir scheint, das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich spiel keine Spiele, Slade. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Dich zu finden war leicht, da hast du gedacht. Vielleicht bist du ja doch... ... du große Herr aus Bauderung. agencies, es geht nicht 나라-Musik. Dachtest du, dass es funktioniert? Na ja. Na ja. Deine Ausbildung war mangelhaft. Und jeder Einmal hast du eine Chance. Auf. Hattest du die Chance nicht? Überraschung! Unglaublich. Das ist ein Gericht, der die Änderungen in der Bühne sein hat. Brühe! Der Mann! Oh, ja, 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 ja. Boah. Das ist jetzt. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 Das ist schon genau. Was ist das? Was ist das? Das war's. Oh, blitz. Das war's, Slade. Was bist du? War nett, Batman. Die Tür findest du ja von allein. Ich darf den Pinguin nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. Ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Mit Deathstrokes Werkzeug komme ich hoch auf den Balkon. Gleich schon mal da hoch. Ah, Seidelrutscher. Das heißt, wir können dann ja da rüberrutschen. Jawoll. Äh, okay. Ja, herkommst du einer Nonne hat die Unterwäsche als in diesem Raum. Aber schön. Versuch's ruhig härter. Ich will's so richtig spüren. Hier, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Fröhliche Weihnachten. Und jetzt verpiss dich. Alfred, versuch Informationen über einen Mord bei den Lacy Towns zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Bin schon auf dem Weg. Hm, das wär so ein bisschen zu einfach mit der jetzt, wenn man schon tot wäre, oder nicht, oder? So, wo ist jetzt unser Seidelchen hier? Erstmal wieder ein Level aufsteigen. So. Also, muss das wieder weg. Guck an, da drüben ist was. Sieh mal in der Art, da haben wir noch so ein Datenpaket. Jetzt gucken wir, wo wir hier lang müssen. Ich glaube, wir müssen... Genau, hier rüber. Und dann wieder rechts. Okay. Beziehungsweise müssen wir hier einfach raus. Ne, hier kommen wir gar nicht über lang. Hier sind wir vorhin. Aber der andere Ausgang. Jetzt bin ich hier oben. Aber hier hinten müsste es glaube ich lang gehen. Vielleicht gucken wir jetzt hier. Oder auch trotzdem nicht. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wo ist denn jetzt der normale Ausgang? Ausgang hier. Darüber sind wir ja reingekommen. Also, müsste ich doch hier auch nur reden. Jetzt ist da ein Symbol. Ich bin doch da eben schon vorbeigerand. Naja. Ich sollte das Gerät einsetzen, das ich von Deathstroke habe. Na guck, also jetzt können wir... Wie kommen wir denn da ran? So nicht. Das ist verboten, dass ich auch nicht weiß. Naja. Ach, jetzt super. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tu ich's. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet. Und jetzt zurück zu eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Ja. Ach, schaffen wir auch. Und weil über Respekt findet man heutzutage viel. Vor allem in dieser Stadt. Aber wir wissen ja alle, dass Respekt gekauft werden kann. Also kaufen Sie doch noch heute welchen mit einer neuen Schusswaffe, um ein Zeichen zu senden. Nicht vertagen! Aufschlagen! Ich sollte schnell zu den Lazy Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hatte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen, Gewalt, Gier und Ache. Aber es geht noch um Vergehen. Und zweite Chance auf Veränderungen. Ich habe drei Bomben in den Kopf. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir bringe. Oh, okay. Oh, oh, wir gehen den Timer los. Machen wir uns mal schnell auf diesen Weg dahin. Oh, meine diskutieren. Okay, jetzt. Tja, bitte. Ja, ich bin nicht. Aber ich bin nicht. Aber ich muss das nicht packen. Ich bin nicht. Ich bin nicht, nicht heute. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Okay, dass ich bin. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Da hinten Mal sehen was der jetzt hat Hier Was? Ich will hier irgendwie keine Kamera Ich will ob es vor Ort gelten, dass das Opfer von einem Freund getroffen sein scheint Zum Donners Killer Croc so früh aus dem Reinhard geschieben ist Wer sagt dass er das ist? Den hören und fällt die Tatsache dass er einen knall ist Der Sau ist ein Verletzter für die Kette Drei Doren kommt Und ausmachen, komm. Wieha. Alfred, wir haben ein Problem. Ist mir nicht entgangen. Dieser Anarchy erwähnte drei Bomben. Es gibt also noch zwei. Ich muss sie finden. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir. Okay. Vorerst gehen wir mal weiter zum Hauptziel. Das befindet sich... Das befindet sich hier. Gut, dann fliegen wir mal hin. Das ist ein Keller in der Stadt. Wird die Federmars nicht wissen, wie ihm geschieht. Die Cops müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Er ist hier. Ist doch hier. Na, legst du die Knifte weg. Spinnst wohl. Ruby, auf wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemminis. Diese Männer auf dem Balkon. Das könnte mein Weg hinein sein. Klare Sache. Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine falschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Der hat den Pinguin abgeraft, Sack. Soll gern sehen, wie er sich da rausbinden will. Fingerabdrücke. Zwei Tote. Der wandert in den Knast. Ja. Und die Spurensicherung heimst den ganzen Ruhm ein. Dabei habe ich die Fingerabdrücke gefunden. Die Krux des Ersten vor Ort. Vorstieg. Doppel ausschalten. Man Beute abgreifen, kriegt aber keine Anerkennung. Jawohl. Nein, da haben wir noch was. Bevor wir weitergehen. Geht doch. So, jetzt sind wir da. Gehen wir mal rein. Gehen wir ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020